Hallöchen und willkommen zum 45. Part von The Legend of Zelda Twilight Princess. Im letzten Part haben wir unser Master Sword verzaubert und können uns... Oh Gott. Und können uns dieses schwarze Nebelzeug mit unserem Master Schwert wegmachen. Das wäre eigentlich nicht mein Plan, aber okay. Und in dieser heutigen Folge, denke ich mal, werden wir Santo gegenüber treten. Und ich bin schon sehr gespannt, wie der Kampf laufen wird. Denn ich habe den Kampf nicht einfach in Erinnerung. Aber er war nicht außergewöhnlich schwer. Also, es wird wahrscheinlich bis jetzt somit der stärkste Gegner sein, weil bis jetzt war... Welches Arschloch! Ach, ihr. ...stirbt. Und mit unserem Enchanted Master Sword töten wir auch jedes Wesen der Finsternis mit nur einem Schlag. So, und wir können auch diese Schalter aktivieren, die wir vorher nur mit der Sola, dieser Kugel da, aktivieren konnten. Und nun geht es weiter. Äh, hier? Fragezeichen. Nein, nicht hier. Okay. Ich war mitten im Nebel. Ich dachte, ich verwandle mich jetzt. Aber, nee. Anscheinend müssen wir jetzt raten, wo es richtig ist. Hier vielleicht? Auch nicht. Also, wir wissen, links und unten ist jetzt falsch. Es ist entweder rechts oder oben. Sollen wir mal oben. Mal oben kommen wir wahrscheinlich in die Kiste ran, oder? Ja, jetzt kommen wir hier an die Kiste ran, oder was auch immer hier ist. Ah, hier erscheint erst eine Kiste. Fuck. Ist hier noch irgendwas? Irgendwie ein Schalter oder so? Diesen Vasen noch? Aber wir brauchen jetzt eigentlich nichts aus den Vasen. Also, vielleicht Pfeile. Pfeile werden praktisch. Wo würde ich es mir jetzt überlegen? Okay. Mal gucken, wie es dann ist, wenn wir endlich bei Xanto ankommen. Denn der Bosskampf, wie ich weiß, hat mehrere Stufen. Ja, okay, gut. Jetzt muss unten weitergehen. Ich vermisse die Zeiten, wie in Ocarina of Time. Weil Ocarina of Time hat ein paar sehr gute Sachen. Zum Beispiel, dass man sich an die Kisten und so ranziehen konnte. Das fand ich sehr, sehr cool. Wenn ich so zugeben kann. Zack. Ja, und wie ihr seht, in unserem Enchanted Master Sword können wir easy peasy jedes Wesen der Finsternis besiegen. Ich frage mich, wie das dann mit Xanto ablaufen wird. Ah ja, apropos Xanto. Da ist auch schon einer seiner Schädel. Oder einer seiner Masken, besser gesagt. Ich muss da gerne ranhängen. Ich denke mal, die Kiste erscheint, wenn ich jeden Xanto-Kopf besiegele, der hier jetzt auftauchen wird. Wo ist der Nächster? Okay, gut. Ich sehe schon, was es weitergeht. Nach oben. Dann wieder nach unten, dann wieder nach oben. Ah, er weicht aus. Schlaue kleine Maske. Schön. Schön. Was das? Ja, was was? Und wahrscheinlich die Kiste unten taucht jetzt auch auf, oder? Ah ne, das ist die Kiste hier. Okay, gut. Dann taucht da unten scheinbar nichts auf. Okay. Kleiner Schlüssel, den wir hier gleich brauchen werden irgendwo. Irgendwo. Keine Ahnung wo. Aber irgendwo brauchen wir den schon. Geht's weiter nach oben? Äh. Was ist da oben? Geht's jetzt nicht an weiter. Wo soll ich da hinkommen? Rolf? Mit Nachspringen oder so? Keine Ahnung. Weißt du weiter? Also, los, zerschlagen mit diesem Schwert die Finsternis. Wir folgen dem Weg, der uns zu Xanto führt. Ja, das hab ich doch schon gemacht. Ah ne, hier geht's weiter. Okay, gut. Ich sagte, hä? Aber ne, wir müssen einfach nur die Plattform nehmen, die hier aufgetaucht ist. Ich hab die vorhin nämlich gar nicht gesehen. Fährt mich rüber? Ja, sie fährt mich rüber. Ich muss mich nicht rüber schießen. Geil. Übrigens, in der letzten Folge ist mir aufgefallen, dass mein Mikrofon schrecklich, ja, schrecklich gerauscht hat. Oh, wir sind kurz vorm Boss. Schrecklich gerauscht hat. Deswegen hab ich jetzt eine Geräuschunterdrückung. Ich hoffe, dass es hilft. Ah, okay. Ah. Hängstisch ist vor euch. Was? Das hat Xanto nicht mehr zu bieten. Ja, was? Hat Xanto nicht mehr zu bieten? Anscheinend nicht. Ei, wir sind doch ein bisschen angeschlagen tatsächlich. Soll ich nicht wieder? Pfeile? Perfekt. Aber ich glaub, wir brauchen die auch nicht für den Boss-Pfeil. Bin ich mir nicht sicher. Also gut. Dann ist hier wahrscheinlich der Thronsaal. Und nun? Treten wir ein. Und hoffentlich treten wir auch Xantos Arsch ein. Gut. Da ist, sitzt er auch schon. Moment. Okay, gut. So, Xanto. Und? Schlottern dir schon die Knie? An meiner Stelle würden die Schlottern. Ganz ehrlich. Santo. Ist es nicht eine Ironie des Schicksals, dass dir deine eigenen Magie nun zur Verhängnis wird? Unser Volk ist lange Zeit unterdreckt worden. Und wie Tiere hat man uns in diese Welt gefangen gehalten? Und uns ein großes Volk, das in Magie bewandert ist wie keines sonst. Im Schatten wurden wir zu Wesen ohne Zorn und ohne Ass. Zu Feigenwesen ohne Leidenschaft. Die Schuld trifft unser träges Königshaus, das im Schattenrecht ein Heim sucht und darüber den Glanz der alten Zeit vergaß. Ich unterstütze dieses Königshaus, ich unterstütze dieses Königshaus zu lang und hielt die Schande nur mit Mühe aus. Ich war mir sicher, dass ich der nächste Herrscher unseres Volkes sein würde und dann... Verweigert mir das Volk die Anerkennung und ich erhalte nicht die Macht, die ihr eines Oberhaupt des Schattenvolks gebührt. Doch dann begegnete ich inmitten von Zorn und Verzweiflung einem Fleisch gewordenen Gott. Einem Gott. Na gut, ich denke mal wir erfahren jetzt mehr über deinen Gott. Da rennt er raus wie die kleine Bitch, die er ist und heult rum. Da rennt er raus. Spiel bitte Please respond Spiel bitte Spiel bitte Spiel bitte Spiel bitte Spiel 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 Und was du wünschst, das soll auch mein Wunsch sein. Ich glaube, das war Kannandorf. Mein Gott, und ich teilen nur den einen Wunsch. Endlose Finsternis für die Welt des Lichts. Na gut. Usurpator Santo. Und übrigens, soweit ich weiß, heißt Usurpator verrückter Herrscher oder sowas. Ha. Ha. Oh. What? Habt ihr das gesehen? Miss. Ah, Moment. Ähm, Stumbo machen vielleicht? Ah ja, tatsächlich. Bam, bam, bam. Wir müssen warten, bis er angreift. Und dann mit dem Sturmummergang angreifen. Bam. Hat ihm nicht geschmeckt. Hä? Zwischenraum des zweiten Bosses. Ähm, des zweiten Dungeons. So. Immer wenn er so rumspringt, müssen wir die Eisstiefel anhaben, wenn wir nicht runterfallen. Pfeile bringen auch nix, wie ich merke. So, dann wird er müde. Und dann wird er gehauen. Musik ist echt cool. Ähm, okay. Dritter Boss. Müssen wir uns erstmal umziehen. Und dann brauchen wir die hier und auch die hier. So, und er macht folgendes. Der schafft hier erstmal so eine fette Santo-Maske. Nein, er dreht sich zu mir. Ja, er dreht sich zu mir. Und dann müssen wir ihn. Mit dem Entehaken rausziehen. Ha, ich bin auch in den Kunsten des Wasserkämpfens bewandert, mein Freund. Keine Sorge. Bis jetzt läuft der Bosskampf sehr gut. Aber die schwierigste Phase kommt noch. Weil ich weiß, ist das hier die nervigste. So, jetzt müssen wir in die Mitte. Und müssen rausfinden, welcher der echte ist von dem Ganzen hier. Beziehungsweise, wo der ist. Weil, ich glaube, da ist nur einer. Da ist er. Und. Und es ist nicht lang genug. Und ich war zu langsam. Ja, also wir müssen ungefähr rausfinden, wo der ist. Wobei, das ist hier eine Schwelle. Bewallert uns, ja. Und wir haben ja dann Zeit. Ja, da, 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 da ist er. Und. Entehaken. Was? Und was? Reicht dir das? Würde ich doch hoffen. Na, wo gehst du jetzt hin? Vierter Dungeon? Hä? Nein. Zwischenraum des ersten Dungeons. So, und jetzt ist tatsächlich das gleiche Prinzip, wie beim Affen. Einfach. Gegen den Pfahlrollen. Gegen den Pfahlrollen, auf dem er steht. Am besten zweimal, damit er auch runterfällt. Und dann schön seinen Arsch bearbeiten. So. Ist, wie ich finde, sehr einfach, die Phase. What? Halt's auf. Ernsthaft? Deinem fucking Ernst? Bam. Hast du genug? Immer noch nicht? Ah, jetzt. Fünfter Dungeon. Wir haben den vierten übersprungen. Und der wird echt groß. Und wir müssen aufpassen, dass er uns nicht zerstanzt. Und dann mit dem Morgenstern verprügeln. Dann wird er immer kleiner. Bis er dann ein bisschen sehr klein wird. Und wir ihn dann arbeiten können. Also auch super cool. Ich finde den Bosskampf so geil bis jetzt. Ich glaube, die harte Phase kommt noch. Die harte Phase ist dann wirklich Mann auf Mann Schwertkampf. Das sind sowieso so die coolsten Tempe. Und der wird manchmal schneller. Bam. Aber wir haben's. Und ich glaube, jetzt kommt die schwierige Phase, oder? Und ja. Wir sind außerhalb von Schloss Hyrule. Und er sieht auch schon selber, dass er echt verzweifelt ist. Und jetzt holt er seine Klingen raus. Und jetzt helfen uns keine Items mehr. Na gut, dann komm her. Und die Helfung ist natürlich die okkulten Künste sehr. Boah. Wow. Kampf auf Playblade, Barley, es war. Oh, wow. Da war der Sprung nach hinten dumm. Also ich glaube, da hat er nicht wirklich viel Erfahrung im Schwertkampf. Aber... Wie soll ich das abwehren? Und zack, und zack, halt. Zack, halt. Bam. Boah. Ey, jetzt switcht er. Boah. Und das ist fucking schnell. Aber Schild hilft einem sehr viel, ja? Tatsächlich. Uh. Oh, Mann. Ich wollte Dings aufladen und konnte nur einen Schlag geben. Jetzt hab ich ja ganz vergessen, dass wir das können. Nennen. Und zack. Weil ich glaub, das war nicht aufgeladen, oder? Geht man in die Hand? Wow. Ey, ich hasse es, dass er immer meine Anvisierung wegmacht, indem es supportet. Bam. War's das? Sieht so aus. Der Schattenkristall. Stimmt, den hat er uns ja nach dem dritten Dungeon geklaut. Aber nun haben wir ihn wieder. Wunderbar. Aber mit Nassfluch ist immer noch nicht gebrochen. Verfluchter Aufrührer. Du solltest es erfahren, dass du nicht unser Oberhaupt werden konntest, liegt an deinen Augen. Es liegt an deinem Gier, dem Glanz in deinen Augen. Der König fürchtete, du könntest zum Opfer deiner Kräfte werden, wie unsere Vorfahren. Mit natürlich, der Königin der Schatten, möge dein Flug auf ewig auf dir lassen. Es war die Macht meines Gottes, die dich und dein Volk mit diesem Flug belegt hatte. Deine Magie wirst du nie zurückgewinnen. Schon ist er auf die Erde hinabgestiegen und wiedergeboren in dieser Welt. Solange Ganderndorf mein Herr am Leben ist, werde auch ich immer wieder zurückkehren. Verfickte Scheiße, was war das? Ich, das war doch nur ein kleiner Teil meiner Kraft. Und die ist doch um so viel schwächer als die Macht, die unser Volk in alten Zeiten besaß. Anscheinend nicht, wenn du ihn wie ein Luftballon zerplatzen liest. Und wo ist der Herzcontainer? Dark, es wird Zeit, Zelda zu retten. Meine Magie habe ich zwar nicht zurückgewinnen können, aber es bleibt uns immer noch die Macht des Schattenvolkes. Damit kann ich auch Zeldas Kraft wieder erwecken. Und diese Kraft wird für uns unverzichtbar sein. Und wo ist der Herzcontainer? Also, lass uns gehen, die Prinzessin Zelda wartet. Ah, da ist er. Bei Santos' Thron. Zahl deiner Herzen, steig doch mal ein. Jetzt haben wir 14 Herzen, glaube ich. Ich kann dich von hier wegbringen, aber bist du auch sicher, dass du nichts vergessen hast? Ich bin mir 100% sicher. Ich habe ihn ganz und gar nicht vergessen. Ich hätte vielleicht die seine Kiste holen können, aber ich glaube... Ups, da waren nur Rubiten drin. Spiel speichern, sehr gerne. 29.06. Das ist gar nicht mal so lange. Nur drei Monate oder so. Okay. Dann sind wir wieder hier. Tanto war doch nur eine Marionette von Ganondorf. Und das heißt, jetzt wissen wir, wer sich hinter den Zauber verbirgt, der sich auf Hyrule gelegt hat. Er ist im Schloss Hyrule, da bin ich mir sicher. Da hat er uns schnell zurück in die Welt des Lichts und Prinzessin Zelda retten. Das sind noch ein paar Kisten, aber die habe ich jetzt ungern Lust zu holen. Außerdem können wir jetzt nun... In Hyrule, in Kakariko, endlich die Brücke reparieren. Beziehungsweise... Ja doch, die eine Brücke halt reparieren. Nicht in Kakariko, aber ihr wisst schon welche Brücke, ich meine. Nun sind wir wieder da. In der Welt des Lichts. Und Tanto ist nun in Geschichte. Und das finde ich sehr schön. Das heißt, jetzt können wir zum Maromark gehen. Und dort... Endlich die Brücke abbezahlen. Und dann geht es im nächsten Part auf nach Schloss Hyrule, um Zelda zu retten. Nein, nein, Epona. Ich will dich nicht halten. Ich will nicht auf Epona halten. Ich möchte rollen. Das war schön in Majora's Mask, wenn man die Hasenohren bekommen hat, mit denen man schneller war. In Green of Time gab es die dann auch, aber die haben wir nicht schneller gemacht. Die waren nur Teil einer Quest. Aber gut. Für die Repatoren der Brücke zur Sicherung des Lieferungs der Hyrule-Stadt brauchen wir schon noch 100 Rubine. Bitte, bitte eine kleine Spende. Ja. 100 Rubine. Hurra, wir haben das Geld für die Repatoren der Brücke zwischen dem Ostteil der von Hyrule-Stadt und der Ebene von Hyrule-Stadt zusammen. So sollst du dir diesen korrupten Laden in Hyrule-Stadt mal ansehen. Wir bitten noch immer um Beiträge zum Unterstützungsfond, um die Waren in Hyrule-Stadt billiger verkaufen zu können. Wie viel denn? Für die Eröffnung des Ladens in Hyrule-Stadt fehlen wir nur noch 2000 Rubine. Beteiligend auch du dich an der Sammlung. Ja gut, meinetwegen. Ich habe ja sonst nichts mit dem Geld anzufangen. Es fehlen nur noch 1870 Rubine. Ja gut, nächstes Spenden-Ziel-Twitch-Stadt. Ah ne, falsche Plattform. Aber nun gut. Dann war es das auch für diese Folge Zelda Twilight Princess. Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Wir haben Zanto endlich in den Arsch getreten und dann geht es morgen noch los in dem Finale. Mit dem letzten, in Anführungszeichen, Dungeon. Und zwar Schloss Hyrule. Ich bedanke mich für alle, die zugesehen haben soweit. Was wahrscheinlich keiner ist, aber ist egal. Schaut übermorgen wieder bei Zelda rein. Morgen kommt nämlich nichts, wenn Mr. Geld im Urlaub ist. Erst in zwei Tagen kommt Horizon wieder. In drei Tagen. Ich weiß auch nicht, wann ihr das Video seht. Das ist ein Video im Internet, das ist zeitlos. Egal, auf jeden Fall. Schaut in die Videobeschreibung. Folgt unserer Seite auf Instagram und verbreitet diese dadurch weiter. Kommt auf unseren Discord-Server aus... Keine Ahnung, weil ich Bock drauf habe, Leute auf meinem Discord-Server zu haben. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss, tschüss.